Okay, ich renn mal hier rüber. Ah ja, übrigens, ein Teil wollte ich noch sagen. Hast du schon mal solche Fliegeviecher gesehen? Ja, ne? Auch schon gekillt. Gekillt? Aber würde ich nicht nochmal machen wollen. Der hat er alleine geschafft, mit der Schusswaffe aber, ne? Ja. Ich hab vielleicht zehn Stück vertrieben oder so. Wenn du hinrennst und ihn einfach einmal schlägst, bevor er sich wegteleportiert, dann geht er einfach weg und ist weg. Ja. Richtig gay. Ich denk so, ja komm, ich will sterben und so, ne? Und, ja. Was heißt eigentlich dieses Never Surge Underway? Ich peil das immer noch nicht. Was eins unten drunter ist, oder wie? Äh. Ich geh mal kurz die Links ins Haus rein. Links. Ja, aber das sieht nach nichts aus. Mich nervt's immer, wenn ich so Kästen oder sowas finde, wo da draufsteht. Ja, du brauchst ein, brauchst ein oder irgendwas zum Unlocken. Ja, so ein Schlüssel. Ja, ich hab aber fünf. Hab ich aber komischerweise fünf von. Ich hab auch fünf Stück. Ist halt dumm, dass man alle, wenn dann, mitnehmen muss und nicht nur zwei oder so. Ja, das ist halt. Never. Suck, halt. Puh. Na ja. Oh gut, du hast hier was. Ich, 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 oh, hier ist was. Ah. Ja, läuft, ich kann einen locken, ne? Hä? Alter, nice. Alter, hast du einen Schlüssel bei gehabt? Ich hab fünf Stück dabei. Ach, hast du die echt dabei? Ja, weil ich will den Katana, Katana aufnehmen, hör mal. Oh, ich kann nichts einsammeln. Hier ist eine Armschiene, Alter. Drop. So Klamotten behält man, wenn man stirbt, ne? Wollte ich schon mal sagen. Ne, 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 verlierst alles. Doch. Nein, Klamotten nicht. Alter, nimm die Muni und so noch mit. Mal kurz, ich will grad, ähm, was droppen. Die Axt auch. Handgranaten, ey, leck mich fett, ey. Weg mit der Kacke. Too heavy, willst du mich verarschen? Ah, ich hab noch, warte mal, äh, drop. Weißt du? Ja, jetzt hab ich hier Schutz am linken Arm. Alter, mach keinen Krachen, da oben ist ein fliegendes Tier, ey. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Das sieht dich und das sieht dich nicht so schnell. Okay. Ähm, hier lang sind wir dann beim Outpost. Ja, jetzt hab ich doch meinen Katana. Fick die Hände, Alter. Bitch. Dann nehm ich mir die Schlüssel jetzt, glaub ich, auch mal mit. Wenn da sogar das Stuff drin ist. Ja, irgendwie mega nice, ne? Wir dürfen halt nicht verrecken, weil dann sind sie weg. Ja, das ist immer so. So, komm, renn rein. Hä? Äh, wir sind wieder rausgeladen. Never search remaining. Ähm, ich weiß nicht, ob die gerade an der, an der Attack ist. Nee. Komm, rein. Ich weiß es nicht. So, okay. Wir hätten es einer. Wir müssen kämpfen. Hinter dir. Warte. Und dann gespuckt. Hab ich gekillt. Noch einer? Da hinten steht ein, halt da der Wand. Hinter dir. Oh, Alter. Einfach so, mal zu rennen. Und zu springen. So Bunnyhop, Bunnyhop rennen, äh, wegrenn-style. Hat er hier den Cache? Oh. Hätte er dir einer. Scheiße. Scheiße, was ist das? Ein mieser. Amak, ich kann dich nicht, ich kann dich nicht treffen. Nicht? Nee. Alter. Aua. Hat's dir damage gemacht? Ja, okay, doch. Fuck. Ich kann nix aufheben. Ah, fuck, Alter. Die Hunter Rips sind aber ganz gut. Hast du auch keinen Platz mehr? Nee, lass mal kurz die Päckchen hier wegschaffen. Ich hab grad was weg. Hunter Rips. Zu schwer, 0,1, hey. Boah, komm, Alter. Ich hab grad ein paar Sachen weggeworfen. Hunter Rips mitgenommen. Noch einer. Oh, da kommt irgendwo was. Ich bin schon oben, komm. Hinter dir. Hinter dir. Die porten sich auch hoch. Nebenbei. Alter, hast'n vollgegeben. Schon wieder? Ja, 200 Leben. Alter, das ist kacke. So. Vor allen Dingen. Wir wissen nicht, wo hier die Sachen sind, ne? Oben. Ja? Sicher? Ja, sonst würde es nicht so weit hoch gehen. Nee, es gibt halt die Häuser auch einfach so nebendran, deswegen. Nee, hier sind sie. Na gut. Ähm. Okay. Äh, ich dürfte jetzt Level 12 sein. Äh, bei mir steht Level 9. Und Account Level ist auch ordentlich hochgegangen. Was für ein Account Level... Wo steht denn das? Wo kannst du uns anzeigen lassen? Charakter? Achso, Account. Ja, bin ich Level 8. Ja, Account Level 8. Äh, lass' Päckchen suchen. Warte. Trade succeeded. Alter, ich hab grad ne Person gesehen. Ohne Spaß. Ich hab da grad eben ne Person gesehen. 100 pro. Hier ist ein Päckchen. Ich guck grad mal, ob ich hier gescheite Päckchen finde. Museum Outpost. Und Riverside. Was ist das für eins? Riverside hab ich abgelegt. Lakeside. Da hab ich Lakeside mal hier hin. Und das hier ist... Oh. Lakeside. Okay. Ähm. Wollen wir zu Lakeside gehen? Das ist diese... Ja, ganz am Anfang halt. Bist du runtergegangen? Ne, ich bin oben. Bin grad auf dem Weg runter jetzt. Global Inventory. Ja, ich hol mir mal kurz was zum Heilen. Ja, wo ist denn das Global Inventory? Drück E. Bin's nicht. Ähm. Ah, hier. Okay. Dann nehm ich mir jetzt noch ne Knarre mit. Geil, ich hab mir vorhin Pillen geholt. Die sind ziemlich nice. Alter. So, ne Schwarze. Und... Brr-J. So, dann hol ich mir noch ein wenig Essen. Dann nehm ich mal mein First Aid Kit nicht, ne? Ich fress erst mal Dick und dann lass ich das so wiederbeleben. Ähm. 130 Cash hab ich noch. Du kriegst für jeden Dreck kriegst du übrigens SP, ne? Auch für in Zonen reingehen. Ich bin... Ich bin zwei Level gestiegen, indem ich aber in ne Zone reingegangen bin. Hä? Ja, echt? Ja. Äh, lass noch kurz beim... Ähm, wo gibt's hier den größeren Market, da Vlad's Shop oder sowas? E2Trade? Weiß ich nicht. E2Trade. Hab ich jetzt nicht gesehen. Ja, dann müssen wir weitergucken, weil ich will gucken, ob ich mir jetzt eine Pistole machen kann. Neh mal die Schlüssel mit. Ja, das ist auf jeden Fall. Weil du hast ja welche. Reicht eigentlich. Ah, hier unten. Ah, im Haus drinne. Ja, Alter, ich kann... Alter, zwei Waffen kann ich machen. Okay, ich hab 32 Schuss, ohne der Shot kann. Hast du ein Pistol Frame? Ja, bestimmt. Weil dann kann ich zwei Pistolen machen. Ich hab eine. Guck mal, ich hab... Ich guck mal, ähm... Für was hast du Muni? Guck mal, das hier ist für... Magnum. Muni für die Magnum. Äh, für die... ACP. Ich mach mal die hier. Für... Ah, ich hab zwei Pistolen. Was für Munition brauchst du? Äh, mal. Ah, ich hab Muni. Und ich bräuchte... Die gelbe. Ne, orange, ne. Äh, Magnum Ammo. Ah, ne, die hab ich selbst grad drin. Okay. Alter, 400 Damage macht die. Ah, ne, ich hab, ähm... Komm mal kurz. Komm mal kurz her. Aber man kann hier Muni kaufen auch, ne? Hm, ich hab aber. Ja, ich hätt noch ne andere. Aber mal kurz, ähm... Man kann auch, du... Man kann auch, ähm, Dings traden. Also, ob... Äh, Stuff von Monstern... ...gegen Muni. Du weißt, wo ist denn der Laden? Hinter dir. Ja, hier kannst du doch nur Waffen machen. Ja, hab ich zwei Stück gemacht. Ne, ich mein jetzt den Laden, wo du diesen ganzen Krempel, Zigaretten und Monster Stuff und so tauschen kannst. Achso, äh... Boah, Alter, weißt du, wo der war? Der war, ähm... Beim High-Rise Outpost hab ich den gesehen. Jetzt geh mal auf der Karte suchen, wo der High-Rise Outpost ist. Hm. Der ist schön komplett links. Ja. Aber so ein Laden gibt's eigentlich überall mit. Ähm, ich hab nur einen gesehen bis jetzt. Was ich auch noch nicht verstanden, ob es das Escort ist. Ich hab noch nie Escort gemacht. Ich war, ich war mal da, aber... Da kannst du auch ein Päckchen hinbringen. Oder abholen. Eins von beiden, weiß ich gar nicht. Ah, ah, okay. Ja gut, ich war mal da und da war halt nix. Und dann stand da Escort, Escort is available, war da, nix. Ähm, ich wär eigentlich fast dafür, dass wir rausgehen quasi, weil da gibt's am meisten Stuff einfach. Ich geh grad runter vom Haus. Ja, ja, komm, wär ich auch für. Obwohl halt... Wir gehen uns zuerst mal nach, äh, Miley Pawn, also in das erste Hodel da. Weißt du, um Geld zu verdienen, ist halt einfach wirklich besser, Packages zu liefern. Ja, aber ich hab jetzt 1.300. Also wenn ich jetzt verrecken würde, hab ich gleich einen Katana, das ist also, dann reicht's vom Geld her. Ich hab 1.300, alter. Hast du, hast du viel Delivery Missions gemacht, ne? Nö, grad eben, da einfach. Achso, ja, das ist ja... Das, weil, ich würd sagen, wir looten jetzt erst mal ein bisschen. Also ich hab noch zwei Päckchen für, für Lakeside Outposts. Wo bist du? Westfieber, wo gibt's denn hier einen weiteren... ähm, den, den normalen Market, da, den, äh, die, die Order. Den Order. Hast du ne Ahnung, wo der ist? Oder gibt's den hier nicht? Weiß ich nicht. Order ist das, wo du taust... Ah, aber da oben ist vielleicht noch was. Na, ich geh mal hier lang. Viecherz. Gott's mich nicht voll. Ich hab ein Viecherz gehört. Ah, da hinten ist einer. Unten ist ein, ist ein Shrieker. Mhm. Ja, komm, ist mir egal. Ich lauf einfach hoch. Da ist nischt. Ja, ich bin auf dem Dach von gegenüber. Weiß nicht, ob du mich siehst. Warte. Ich seh dich ja auf der Karte. Ich muss mal kurz looten, was der getroffen hat. Oh, vier. Warte. Was lootest du? Und... Oh, fuck, Junge. Was? Ich hab hier ein bisschen Stress grad. Ich renne mal kurz weg. Ich renne mal schon in Richtung nach draußen, okay? Ich muss nämlich mal vor die Pflicht. Ähm, ich renne mal in deine Richtung. Hast du Viecher hinter dir? Hm. Wenn ich renne zurück, ich bin da. Oder gehen die Safe Zone, kannst du keinen Schaden kriegen. Ah, alter. Oh, fuck. Äh. Bist du grad stehen geblieben? Oh! Ich komm auf dich zu. Äh, wenn nicht, versuch zurück zu laufen. Okay. Ich bin auf dem Weg zu dir. Müsste eigentlich da sein. Hast du mein Schuss gehört? Hm, das bin ich. Alter, ich bin gleich am Arsch. Was ist denn du? Oh, geil. Nehmen wir einen Shrieker gespawnt. Ah, ich seh dich. Da bist du. Guck mal. Ich bin rechts von dir. Hinter dir, hinter dir. Ich hab noch einen Schuss mit der Schrotze. Toll. Läuft schon wieder klasse, muss ich sagen. Ich drück mir erstmal ein... ein Heilungspäckchen rein. Da hätten es so einer. Lass uns irgendwo rein verkrümeln. Hier liegt noch so viel Monster-Stuff. Ist mir scheißegal, was da rumliegt. Okay, hinter dir, ne? Vor uns. Brenn. Okay. Einfach geradeaus. Ich krieg ihn. Ähm, wohl. Ja, gut. Nix. Okay, Schrotz ist leer. Alter, gibt es nicht. Was? Von jetzt schon wieder. Hier ist was. Hier ist ein Päckchen. Amo. Für? Ähm. Ich glaub, ne Pistole hab ich. Ich hab die rote Amo hab ich. Ja, die rote. Mal kurz. Alter. Hier ist irgendwo ein Vieh. Ja, ich hab für die eine Pistole hab ich 24 Schüsse und für die andere 7. Okay. Also wenn du mal hier keine Monie mehr hast, dann geb ich dir einfach. Oh, hier, ihr Arztpäckchen, bitte. Bitte lass da was drin sein. Lass mal sehen. Ja. Nimm das, nimm das. Äh, mach's gleich sofort. Ja, hab. Okay. Dann kannst du ja während dem Laufen dich auch irgendwie bandagieren. Ja, zum Glück. So, dann hier. Ist nix. Also gehen wir dann mal in die Welt raus. Ja, da gibt's am meisten Loot. Gut. Aber lass da immer mal, also, lass da wirklich langsam machen, weil auf den Dächern sitzen gerne mal Sniper, ne? Ja? Mhm. Okay. Bin ich halt auch vorhin gestorben. Ich bin da eiskalt durchgerannt. Da hinten ist n, ist n Ding zum, äh, zum Looten. Ist der Server laggy oder bin ich das? Bei mir geht's halt. Ich search kurz die Karawane hier. Oh, auf der anderen Seite. Alter, ich dank grad. Shovel! Yay. Bestes Loot, äh, Ding ever. Oh, warte mal. Komm mal kurz bei, hier, Charakter, ob du was leveln kannst. Nee. Ich bin z.L. 14. Drück mir noch mal Essen rein. Ich bin level 10, glaub ich, oder? Neuen, hör mal. 10. Ich war voll level. Ich hatte, äh, wie viel XP hast du? Äh, warte. 1600. 1800. Okay, ich hatte 3400. Bevor ich gestorben bin. Ich geh kurz hier aufs Dach rüber, ähm, hoch. Geht das? Ja, auf der anderen Seite. Da ist n Lootpäckchen. Geht auch ins Haus rein. Hä? Guck auf der Karte. Ah, Sniper Silencer. Boah, das ist natürlich mies. Ich find's so Asus im Spiel, weißt du? Die machen dir so Hoffnung. Oh, drin sind Päckchen. Drei Stück. Alter, vier. Muni? Ne Waffe. Ne Waffe, ne volle Waffe. Ah, nein. Ne, ne MG, äh, ne MG, glaub ich. Alter, richtig viel Ammo. Ich wüsse nicht, nicht wo du grad bist. Guck auf der Karte. Also hier draußen hab ich auch grad noch ein Päckchen. Guck mal, guck mal, du siehst mich jetzt, guck mal hier. Oh, hier braucht man einen Schlüssel, hier müsstest du mal hinkommen. Ähm, guck mal, guck mal links, wenn du, wenn du guckst da. Ja, ich seh dich. Links auf dem, auf dem Haus ist ein Päckchen drauf. Komm dann mal hierher. Jo, mach ich. Auf dem Haus links, äh, also nicht das, wo ich drin bin, auf dem Haus neben dran ist, ähm, Hammergeil, weiß nicht, öfter so ein Ding. Nix drinne. Ähm. Das überlebt der? Äh, ja, ich geh kurz auf, aufschließen. Die Schlüsse kannst du dir übrigens kaufen, ne, für 2500, glaub ich. Echt? Ja. Ah, hier ist Magnum Ammo. Alter. Alter, komm schnell her, komm schnell her. Was geht? Ist da Shotgun Muni dabei? Nein, viel, viel geiler. Doch, na klar. Hier, warte. Hier, jetzt nack ich mir kurz raus. Alter, das ganze Cache. Ich seh's jetzt erst. Ähm, drück C. Warte. Drück C. Warte, also vier. Ja, ja, deswegen. C? Achso. Ja, das ist C. Bei mir ist drücken auf C. Alter, was da alles drin ist. Nehmen wir uns einfach die Money, oder? Ich nehm die ganze Zeit gerade das Geld. Okay, ja gut, das war ja auch dein Schlüssel. Alter. Kommt her, kommt her, es kommt her, es kommt her, es hat uns. Okay. Ich decke dich vor den... Okay, es sind da uns. Okay, ist noch da. Auf der Seite. Sind zwei, oder? Ne, erlebt immer noch. Ne, okay. Okay, ist tot. Alter, hast du überhaupt noch Schuss jetzt? Ja, noch 24. Alter, wie viel hattest du, ey? Mehr. Ah, ne, sieben hab ich jetzt. Jetzt kann ich nichts vertragen. Ich hab 600 Cache. Okay. Wie findest du eigentlich meinen Hut? Stylish, wa? Ja, ich hätte hier zwei Rucksäcke, wenn du willst. Ich hab einen aufgenommen, der hat 250, ähm... 250 Platz. Boah. Guck mal, ich werf mal ein Päckchen weg hier. Aber nice, Alter, hab ich wieder drin. Ja. Alter, ich erschrecke mich nicht. Wegen diesem Wassergeräusch, das ist so überdemen... Also, immer... Okay, das muss man hier weitergehen. Ähm, auf dem, auf dem Haus ist noch ein Päckchen. Ja, nur ich weiß nicht, wie wir wieder hochkommen sollen. Ja, da ist auf der einen Seite... Ich bin schon mal drumgelaufen. Auf dem, wo du grad hinläufst, da war ich drin, da hab ich alles gelootet. Da hab ich auch ne Waffe gefunden. Ah, da, wo du jetzt bist, war ich auch schon. Ja, da hab ich hier die... Da gibt's nicht hoch. Lobe, lobe S hab ich hier gefunden. Lobe ES. Mega geilem Visier. Ah, da muss man irgendwie draufkommen. Ich hab oben ein Päckchen gesehen. Ja, aber... Geht nicht. Dann von unten irgendwo rein. Das ist wieder gleich lautes Wasser-Dings. Ich teste mal kurz, wenn man von hier reinkommt. Nee. Sonst, ähm, die Möglichkeit gibt's natürlich auch, dass man da nur draufkommt mit dem Gleiter. Oh, alter! Piss dich. Ich helf dir. Okay. Ich denk dir das Zeug weg, Alter. Schlampe, ey. Ähm. Ey, du willst, ich kann dir... Gehst grad wieder zurück, ne? Was? Gehst grad wieder zurück. Oh, echt? Oh, ja. Warte, da oben ist irgendein Vieh. Das würde ich jetzt gern mal meiden, ehrlich gesagt. Ich hab ne MG, ich kann den wegballern. Wie viel Schuss hast du? 28 und 1. Ja, lass trotzdem mal hier so eine Seite lang. Klar langlaufen? Ja. Okay, du laufst rechts vom Gebäude, ich links, okay? Ich lauf mal hoch auf das Gebäude, das ist so schön schräg. Äh, links vom Gebäude ist, ähm... So ein... Wahrscheinlich fahr ich gleich runter und bin einfach tot. Gut gesehen von dem Fick. Echt jetzt? Ja, hab ihr richtig gegeben, alter. War ein Hunter. Hab ich überhaupt nicht gehört. Hast du nicht gehört? Ja, hast du geschossen? Ja, circa 10 Schüsse. Hab ich echt nicht gehört, obwohl du voll in meiner Nähe warst. Was? Obwohl du voll in meiner Nähe warst, hab ich das nicht gehört. Da ist ein neuer gespawnt. Na geil. Oh, hinter, äh, hinterm Haus ist war ein Päckchen. Ich, ich, ich geh kurz hin. Meins! Ha! Aber ich brauche aber Bandages. Wie viel Leben hast du? 770 und du? Oha, alter. 530. Ja, na nimm du, dann nimm du. Hast du nicht gesagt, du hast 170? 770. Na, dann nimm das doch. 700, du hast doch 500. Ja, und du hast 100. 700. 700? Das hat immer gehangen. Alter, siebenhundert. Sieben. Okay, jetzt hab ich's. Gut, dann lass es hier weitergehen. Ich guck mal, die Häuser. Ich guck hier oben, aber ich muss aufpassen, hinter dem Ding ist, äh, ist ein Viech. Ne, gut nicht, dann renne ich mal kurz hoch. Bleib unten. Ja, hier ist ein Schrank. Ein Schrank. Ja. Hold E2, unlock. Uiuiui, das wird geil. Alter, mega viel. Ist wieder so ein, mit Schlüssel? Ja, ist ein Gleiter drinne. Oh, geil. Mein Gleiter, ey. Wauw, ich lass dich mal kurz rein hier so. Ja. Ammo. Ah, Frack Granaten sind drinne. Ist das jetzt eigentlich? Geil. Never Pheromone, was ist denn das? Das kannst du werfen und da gehen dann die Viecher hin. Das ist wie bei Left 4 Dead so'n Ding. Okay. Ich hab Flashbangs und auch ne Frack Relates. Läuft bei uns. Hier draußen kann sie halt echt total gut looten, ne? Ja, aber echt. Guck mal, ich muss kurz umstellen. Wie kann ich die, wie kann ich die Dinge umstellen? Ich will, ich will hier den Gleiter. Ah, da, okay. Quick Slot 4, komm. Alter, wenn du jetzt runterfliegt, weißt du, wie man die benutzt? Ja. Ja, mit dem Quick Slot. So. Nice. Richtig spektakulär. Ziemlich geil sah es aber aus, muss ich sagen. Ja, echt? Okay. Ja, sah nice aus. Ganz richtig geil. Ich hatte Angst, dass ich runterfalle und sterbe. Das dachte ich auch erst, aber ne, der fällt jetzt runter. Das hätte er überlebt, ich hätte nur wenig Damage gekriegt. Ja, der Fallschaden ist ja hier ziemlich. Hast du Essen? Hm. Nicht wirklich. Okay, dann warten wir noch. Hast du dringend? Ne, ne, ich hab noch drei Viertel. Äh, ne, zwei Drittel hab ich noch. Aber mein Leben regeneriert sich halt nicht.